hallo und herzlich willkommen zurück zu kingdoms reborn weiter geht es hier mit unserer kleinen siedlung nein er sprach von klein so klein ist ja jetzt auch nicht bei 2600 einwohnern wir können aber hier würde ich gerne noch die fälte im bau machen wir an das 15 erst die straße wir ziehen erst die straße runter so kommen die da auch dran und ich habe mars die weiter feld gehen soll so machen auch bei einmal schnell bau bitte so was machen wir denn lass uns gucken das dreht dass das das lager lagerhäuser haben auch noch ein bisschen platz ein bisschen platz was haben wir da die windmühle nachkommen die kann auch fertig machen dann haben wir da noch ein paar wälder wunderbar was brauchen wir denn kakao haben wir jetzt auch ne oder lass mich eben gucken wir brauchen wodka ja den weinen ist danach könnte man hier eigentlich noch eine hinbauen lass mich mal gucken da ist nichts drin da ist auch kein wein können haben wir keinen wein zauberpilz fahren betonfabrik das hütte bäckerei bäckerei ist bäckerei ist bäckerei ist doch dabei die könnten wir doch hierhin bauen ja die bauer hier die bauern dahin dann haben wir die nicht auch schon wunderbar da oben ist auch eine ist nicht schlimm so dann lass uns gucken 110 millionen die kokosnuss sehr schön eine kokosnuss mein haben war ob deine stadt verlassen obdachlos chill bob war schön mit dir mal schön mit dir so haben wir die auch fertig durchgedrückt so lass uns gucken wir wollten das sind unsere stahlwerke wir brauchen noch wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen lass uns gucken die die wollte spinnerei genau die brauchen wir damit können wir nämlich die verbesserte kleidung machen dünner könnten wir auch machen wobei wir können auch auf elektrizität gehen kohlekraftwerk papiermühle ja was ist jetzt wichtiger wir gehen auf spiel genau wir gehen auf kohle so jetzt lass mich gucken hier hatten wir beim letzten mal die farbfelder hingebaut ne da haben wir die farbfelder hingebaut wie groß genau da bist du genau da kommt das farbfeld rein wo hast du das farbfeld vergessen mein papa dann müssen wir von da rüber ziehen dann kommt dann nächstes häuschen passt nicht aber da kennen dann die straße 6 auf die straße so 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hier kennen die straße rein dann könnten wir doch hier komplett feld machen oder nicht 8 9 10 11 12 13 so wenn wir dann hier ein komplettes feld ein baum farbstoff dann brauchen wir da noch lagerfläche mal wieder ne lager zu weit entfernt ja ich weiß es so brauchen wir da noch zwei lagerhäuser hin kann ich das kaufen ne kann ich nicht da haben wir gold und hier könnten wir noch gold abbauen ja sehr schön ja sehr schön da können wir noch gold abbauen da ist ja nur gold drin goldmine wir brauchen ein gold da 1 goldmine 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 2 so dann haben wir die doch auch schon ja sehr schön theater 1 schmelze sandmine entführung möbelwerkstatt möbel äh äh ach mal es nicht brauchen wir Möbel ein hotel einwandern fremde quartier brauchen wir nicht brauchen wir nicht so kann man die im stau runterbauen da können wir auch eine kleine siedlung hinbauen eine kleine siedlung so marktplatz dienstleistung marktplatz das da rein oder aber ich drehe und setze ihn nach unten rein so bauen wir da auch noch zwei häusern hier rein so dann haben wir die nämlich auch schon hier ist auf der wieder zurück tut mir aber leid tut mir aber leid war keine absicht wirklich nicht weiß nicht ein haben wir hier auch noch dann könnte man da noch stein hoch an ja wenn ich die straße raus nehme oder wir drehen die und packen die daran geht das zwei stück wirst du hinkriegen 16 20 stunden könnten wir die aber auch dahin bauen ich die jetzt hierhin baue mach mal so und die dahin auch mal die dahin wir machen auch fertig dann bauen wir da noch lass mich eben überlegen was bist du hier haben wir auch noch stein 16.000 da kann ich nichts machen brauche ich auch nicht vollspinnerei kauf und direkt zwei die stehen nicht eigentlich direkt hier oben mit einbringen wir hatten ja beim letzten mal woanders hingesetzt aber die würden hier wunderbar rein passen passen die quer rein da ja er würde dann bis da gehen das sieht so richtig gut aus auch eine dahin ich hatte noch zwei haus zu weit entfernt ja ich weiß ich war ich jetzt nicht mehr so dann drückt man die auch durch stelle die drücken wir auch durch so wir können die nicht auch arbeiten dann kriegen wir nämlich bessere kleidung ich hätte kleidung kriegen wir da baumwollstoff gefärbte so da müssen wir hin zwei mal gefärbte baumwolle brauchen wir wir brauchen gefärbte baumwolle dann ziehen wir hier die straßen runter die können wir auch und abziehen 60.000 gold alter hier ist ja noch mehr gold bestätige schule köhlerei pilzfarm förster brauchen wir nicht stahlwerk gold schmelze auch mit dem wasser naja ja warum nicht 102 106 106 dann bauen wir den da hin dann bauen wir den da hin hier läuft alles die laufen auch alle ne ja dann sagt mein hotel 49 gäste aus meiner eigenen stadt warum nicht kann man machen einmal das haben wir das haben wir das haben wir haus zu weit entfernt ist steinbruch ne ist auch schön dass ich da oben nicht mehr lesen kann sehr intelligent spiel kaffee hier haben wir handels posten könnten ja hier auch noch einen reinbauen ne und da ich glaube das mache ich auch na komm schon ähm wo habe ich es denn ressourcen außenposten so brauchen wir den da hin da können wir den jüngsten damit verbinden so und hier war auch irgendwo noch kakao ne da genau da ist auch noch kakao bauen wir da auch noch einen rein und da könnte ich auch noch einen rein setzen das machen wir auch noch einen rein wenn wir es schon haben so so und da kann man quer durch gehen nach hier und gehen wir da quer durch handelsrouten für den kakao haben wir noch hier irgendwo kakao eigentlich nicht da könnte ich doch eigentlich hier unten mit einbringen genau industrie da ist er doch der passt da würde er hin passen da nicht und hier da ja so so dann bauen wir die zwei nämlich auch fertig so dann gehen wir da auch auf 90 milch das heißt wir bräuchten noch ein paar rinderfarmen bibliothek kerzen zieherei kerzen bräuchten wir auch ne ja das heißt wir bräuchten aber auch imker logistik steinbruch logistik steinbruch rinderfarm die verdienst nehmen auch beides mit nehmen wir auch beides mit nehmen wir auch beides mit guck mal wir haben ja hier noch den lieferdienst den würd ich hier zwischen packen genau da passt er wunderbar hin ein wildscheu da steht da steht ein wildschwein ich würde die schon so weit wie möglich rauspacken 7 8 9 10 11 12 13 so können wir nämlich hier die rinderfarm hinbauen guck mal passt doch wunderbar wunderbar daneben bauen wir auch ne schafsfarm so dann haben wir die nämlich auch schon da unten sehr schön sehr sehr zönt ein fürster goldschweinzer sandmiene hatte ich sand eigentlich noch gold baumwolle, bienenwachs, weizenmehl, sand, sand haben wir auch, sand haben wir sogar jede menge, wobei wir sind der herrscher von weizenmehl, also was wir hier an weizenmehl haben ist auch nicht mehr normal, es ist nicht mehr normal, aber machen wir ein bisschen schneller hier dann haben wir hier unseren farbstoff, dann gucken wir mal dabei hier wohnfläche hinkriegen damit die leute nicht so weit laufen müssen wir wollen ja nicht schuld sein dass die hier arbeitswege bis uns unendliche haben so wunderbar guck mal jetzt brauchen wir auch nicht mehr so weit laufen wir brauchen die auch nicht mehr so weit laufen das ist auch schön wo man dann bauen wir hier noch eine taverne hin damit die nach der arbeit schön saufen können damit ihr auch schön im becher geben können schön weiter saufen können wie sich das gehört nach getaner arbeit erst mal saufen gehen richtig schön saufen gehen und attacken unser weinbestand da müsst ihr mich bräuchte noch ein paar weinen gut 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 guter dreh universalkarte ja dreh bäckerei bäckerei müssen wir da oben auch noch hin bauen die bauen wir da hin dann hätten wir hier noch platz eventuell für den steinbruch und davor könnten wir wirklich noch auf die links bauen hier industrie weingut mein 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 ist gut weingut da guck mal die würden sogar dahin passen einmal zweimal und könnte ich dahinter und straße ziehen und kennen da noch an dem berg das ist doch das ist doch perfekt ist das ein klimawein auch ohne ende das ist doch schön ja perfekt perfekt was haben wir hier bäckerei auch auf 90 bitte sie kriegt dann hat hat uns verlassen schön bernhard straßen machen wir auch alle fertig das ist eine schöne stadt geworden ist eine schöne stadt geworden und die müssen wir auch alle wieder neu sammeln die müssen wir auch alle wieder neu sammeln was sagt unser zu schwarzbär und panda bär schwarzbär und panda bär sollen wir mal auf die suche gehen hier müssen ja irgendwo auf der karte müssen ja hier so kleine dörfer sein das ist eine kleine oase sehr schön sehr schön hier kann man ja auch noch farbstoff und jede menge sogar jede menge sogar so ist es die frage ne da komme ich nicht hin jetzt müssen wir hier die ganze karte absuchen und gucken wo hier die kleinen dörfer sind ich weiß eins war hier irgendwo da ist upsala kornspeicher das gehört auch noch dir ok das braucht hat die weg hat die weg hat die weg und hat die weg das stehen kisten rum da hat mich wieder einer verlassen so spionage spionage die bauen alle sehr komisch nein heinrich nein was haben wir hier oben kommt schon der nächste dorf ne ah guck mal hier pyramidenhuine hinterhältige ausgrabungen im fremden gebiet verursachen kostenstrafen ok ja dankeschön ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht ich war das nicht was haben wir hier haben die schrift rolle hier 5 prozent statt aktive attraktivität bei aufnahmen in das museum und das schiffchen haben wir auch noch sehr schön kanopische gefäße als spiel zu hoher er muss dann auch da drin sein da hülger fahrt wohlstand überspringen nehmen wir mit den erfahrten nehmen auch mit wie wien hat die stadt verlassen obdachlos chill wie wir war schön mit dir schreib mal eine karte habe ich jetzt eigentlich kakao so langsam mal hier kakao modische kleidung müssten wir ja dann auch ne was ich mal gucken isabella obdachlos chill isabella wo krieg ich denn jetzt die modische kleidung her die muss ich ja irgendwo wer macht denn jetzt die modische kleidung wer macht die modische kleidung wortspielerei habe ich verbesserung bücher wurm wein liebhaber all you can eat leidenschaft sklaven arbeit sklaven arbeit haben wir ja gesagt machen wir nicht ne schaltet den neuen schneider modus frei modischer stoff dann braucht man den ja ok sozialhilfe brauchen wir nicht ab januar gibt es bürgergeld ab januar gibt es bürgergeld leidenschaften so hier ist noch leer sehr schön wo man die haben wir auch durch naja da eine leidenschaftskarte rein machen eine karte die leidenschaft alles auch wieder so ein schönes wort spielen eine karte die leidenschaft phänomenal da kann ich nichts hinbauen was ist denn wenn wir da auch vorne dings hinbauen hotel oder so oder so kaffee rösterei habe ich eigentlich kaffee bohnen hier keramik zauberpülse kaffee 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 da sind ne da habe ich genau da hatte ich hallo maus genau die sind da kaffee ruf hier hatte ich auch ne das heißt ich könnte hier wirklich auch noch machen wir auch ich kann hier kein kaffee anbauen ist da nicht wahr machen wir melonen bauen wir da melonen an wenn es hier schon kein kaffee gibt wenn ihr hier schon kein kaffee gibt dann bauen wir da melonen an ob stahlwerk einwanderer handelsgeist nein 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 mein kaffee wäre auch noch so ein ding was wir bräuchten ne da habe ich eisen habe ich hier irgendwo noch kaffee oder so aber ich dachte schön gewachsen ne die ist sehr schön gewachsen muss man ja sagen so dann lasst uns mal gucken hier da war echt wo es dann müssen die pyramiden die müsse auch hier irgendwo jetzt stehen so stufenruine bin ich mal gespannt was wir da noch gefunden haben für unser kleines museum dann gegen zusammlung artefakte da opfer altar rein da oh schön 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 dekorativer teller fehlt uns da haben wir die ja auch schon fast komplett hier opfer altar dann bekomme ich ja auch bestimmt den opfer pokal ne aber sehen wir dann alles beim nächsten mal geht's zum nächsten mal und vielen dank fürs reinschauen Tschüss.